Wir leben nun in einer neuen Ära der künstlichen Intelligenz. Also nicht nur haben wir jetzt Chatbot GPT und Googles Konkurrenzprodukt BART, sondern es ist auch möglich, dass man solche Technologien anpasst an spezifische Zwecke, unter anderem Wahlkampf oder Desinformation. Der CEO von OpenAI gab bekannt, dass er Angst hat, dass ChatGPT für groß angelegte Desinformationen und offensive Cyberangriffe verwendet werden könnte. Nun gut, es gibt aber auch andere Zwecke, nämlich man könnte eben politisches Theater auf ein ganz neues Level heben, um die Leute abzulenken. Man könnte ein heimliches Parteienkartell managen und den entsprechenden Content immer schneller erzeugen und natürlich auch immer besser erzeugen durch solche künstlichen Intelligenzen. Also es muss jetzt nicht unbedingt hier die Stereotype Desinformationskampagne sein oder halt ein Cyberangriff sein, wie jetzt der Chef von OpenAI gemeint hat, sondern es gibt halt wesentlich cleverere Methoden, subtilere Methoden, um die Leute halt damit zu manipulieren. Es gibt viele, viele Beispiele. Aktuell Donald Trump. Trump war immer nur ein narzisstischer Immobilienhändler und Entertainment-Unternehmer. Das war eigentlich klar. Dass er innerhalb von wenigen Monaten mit zielgerichtetem, softwaregestütztem Marketing plötzlich als Retter Amerikas galt, zeigt, wie manipulierbar die Massen sind. Gleichermaßen ließ sich das linke Publikum täuschen. Er stelle die größte Gefahr dar und seine Familie würde eine politische Dynastie begründen. Also da gab es ja extreme Panikmache hier im linken Sektor. Dass eine echte Dynastie, nämlich die Duponts die Karriere von Joe Biden kontrollierten und tatsächlich gefährlich sind, fiel dabei gar nicht auf. Haben auch letztens ein Video dazu gemacht mit mehr Infos dazu. Also es gibt ungefähr 1600 Duponts, die herrschen über Delaware wie so eine Fürstenfamilie seit einigen, einigen Jahren. Und das ist halt tatsächlich so eine Sache, die wirklich bedeutsam ist. Das heißt, es gibt mehrere Clans wie die Duponts und die managen halt eben dann die politische Sphäre. Die Duponts hatten nicht nur halt eben investiert in die Democrats, sondern auch in die Republicans und hatten sogar hier im rechtsextremen Spektrum hier einiges investiert. Und hatten eine Organisation mit einer Million Mitglieder. Also es geht auch schon in den Verschwörungsideologen-Bereich mit rein. Man will das ganze Spektrum einfach kontrollieren. Das heißt, die Duponts sind eigentlich das, was Linke wirklich fürchten. Und Donald Trump dagegen ist eigentlich fast schon unbedeutend. Trump ist an sich ein Unternehmer, der nicht so reich ist, wie er immer so getan hat. Auch nicht so einflussreich ist, wie er immer getan hat. Und er hat jetzt auch keine Riesenfamilie. Er hat jetzt auch wirklich kein riesiges, tolles Netzwerk hinter sich. Ja, so wie das halt eben immer dargestellt wurde an das rechte Publikum. Von wegen, ein mächtiges Geheimteam werde dann hier den großen Wurf machen und die Linken verhaften etc. Die Leute aus dem republikanischen Establishment können mit Trump nicht wirklich zusammenarbeiten. Das hat sich wirklich gezeigt. Dafür ist seine Persönlichkeit einfach zu schrecklich. Er ist zu schwierig. Selbst die wichtigsten Leute bei Fox News haben ihn eigentlich verachtet und sahen ihn als Gefahr. Haben aber in den Fernsehshows dann eben das genaue Gegenteil gesagt, wie sehr sie ihn mögen. Und er sei die große Hoffnung. Und als dann die Wahl 2020 verloren ging, ja, dann war eben halt hier die große Debatte bei Fox News. Wie können wir halt eben das Publikum halten, dass wir mit diesem Trump-Hype eben uns erarbeitet hatten. Wie können wir das Publikum halten, ja, aber uns gleichzeitig schrittweise von Trump verabschieden. Und man entschied sich dann dafür eben diese Mythen hier zu wiederholen über halt den größtmöglichen Wahlbetrug etc. etc. Und jetzt wird man halt eben dann verklagt von Wahlcomputerherstellern auf 1,6 Milliarden Dollar. Also, das eine ist immer so das politische Theater um Trump. Das andere sind tatsächlich bedeutende Figuren wie die DuPonts, die dann niemand irgendwie auf dem Schirm hat. Also, eigentlich wäre das ja die Möglichkeit gewesen, schlechthin, um Bidens politische Karriere zu torpedieren. Ja, man erwähnt einfach oder man zeigt einfach, wie sehr er und seine ganze Familie abhängig waren von den DuPonts in Delaware. Und was die DuPonts alles angestellt hatten. Dass es wäre wesentlich effektiver gewesen, als dieses Rumgeeier und Rumgereite auf Hunter Bidens Laptop oder Bidens fortgeschrittenes Alter oder er stolpert wieder und solche Sachen. Mal abgesehen davon, dass auch Joe Biden als Präsident keine wesentlichen Entscheidungen treffen darf. Trumps Wahlkampagne 2016 war gestützt von der Firma Cambridge Analytica, die sich rühmte, das Zielpublikum genau zu kennen und maßgeschneiderte Propaganda entwickeln zu können. Man kenne das Zielpublikum sogar besser als diese sich selbst, weil man eben die ganzen Daten ausgewertet hat, die Leute da ins Internet füttern, was sie sich anschauen, was sie liken und so weiter und so weiter. Und die schlauesten Menschen der Welt haben dann an den Algorithmen rumgeschraubt, wie man halt eben an die Persönlichkeitsstruktur der jeweiligen Person hier messen kann. Psychometrie ist hier das Zauberwort. Das ist alles mehr oder minder ein riesiger Pulk. Psychometrie, Meinungsforschung, psychologische Kriegsführung, künstliche Intelligenz. Also all das kommt da hier zusammen. Also und Cambridge Analytica, wir haben das auch mal näher verfolgt, finden das in meinen Büchern unter shop.recentab.com und das darf man auf keinen Fall unterschätzen, was heutzutage möglich ist. Also viele haben dann erstmal gedacht, ja Cambridge macht halt einfach nur so vielleicht so Standardwerbung, ja mit auf Zielgruppen spezifiziert und so, aber da steckt wesentlich mehr dahinter. Und jetzt sehen wir halt mit ChatGPT und Google Board sehen wir tatsächlich dann, es gibt Quantensprünge und in so einer zensierten Version, manipulierten Version ist das jetzt dann für jeden sogar verfügbar. Ja, wir haben jetzt diese Chatbots. Die zugrunde liegende Technik kann angepasst werden für Wahlkämpfe und generell politisches Theater. Auch in Deutschland. Vergessen wir nicht, die Demografen, die Experten von der CDU, CSU haben ja vor Jahren mal gesagt, eigentlich bräuchte es hier so als Sammelbecken eine neue rechte Partei, die halt wirklich rechts ist. Und da parken wir dann die ganzen Unzufriedenen und die Leute, die dann irgendwie aussterben, weil sie zu alt sind. Ja, und stattdessen rückt dann die CDU in die Mitte. Man kann sich dann schön hier abgrenzen von dieser neuen rechten Partei und genau dann kam diese neue rechte Partei in Form der AfD. Ja, und es war halt sehr viel sloganbasiert. Das heißt, man kann eben analysieren, was die Leute gerade hören wollen und kann exakt diese Slogans dann auch bringen. So agierte auch Donald Trump mit seinem Wahlkampfteam 2015, 2016. Also man hat genau diese Phrasen gebracht, die die Leute hören wollten. Das ist wie so ein Schlüssel, der in ein Schloss passt. Der CEO von der Firma OpenAI gab nun bekannt, dass er Angst hat, dass ChatGPT für groß angelegte Desinformationen und offensive Cyberangriffe verwendet werden könnte. Nun, vor dem Kapitolssturm wurden ja massiv Fantasievorstellungen genähert über eine Massenverhaftung von Democrats und so weiter. Als natürlich diese Verheißungen nicht eintrafen, gab es Ermittlungen und Medienberichte, die auf das linke Publikum zugeschnitten waren. Das war dann praktisch die andere Seite der Täuschung. Das war dann die andere Hälfte dieses Theaters. Das heißt, was dabei komplett unter den Tisch fiel, war, dass die Democrats bei drei Präsidentschaftswahlen im Prinzip ignorierten, dass die Republicans vorab massiv Wähler von Wählerlisten strichen und weitere Tricks anwandten. Diese Tricks wurden unter anderem dokumentiert von Greg Pallast für die Wahlen 2000, 2004 und 2016. Also das heißt, es ist ein Parteienkartell in Amerika und es soll halt alle paar Jahre abwechseln hier im Weißen Haus. Und das Kartell, dieses künstliche Gleichgewicht, dieses 50-50-Verhältnis hier von Democrats und Republicans, war eben aus der Balance geraten, weil einfach die Leute hatten keinen Bock mehr auf diesen ganzen Militarismus aus dem Kalten Krieg. Die Leute wollten sich entspannen und deswegen wollten sie eher Democrat wählen. Aber man wollte keinen, also von der Oberschicht her gesehen, man wollte keine durchgehenden Democrat-Präsidenten. Ja, also quasi von Bill Clinton bis heute hätten wir nur Democrats im Weißen Haus gehabt. Das würde so nicht funktionieren für die Oberschicht. Also sollte es abwechseln. Und deswegen gab es halt eben Manipulationen bei den Präsidentschaftswahlen 2000 und 2004 zugunsten von George Bush und dann 2016. Und eigentlich hätten ja die Democrats hier einen riesen Aufstand machen müssen. Also halt Nachzählungen, Untersuchungsausschüsse, Klagen. Also wirklich das ganze Spektrum hätten die aufbieten müssen, weil es halt da wirklich um die Wahlen geht. Aber die Democrats machten da nichts Großartiges. Stattdessen nach dem Kapitolsturm machte man diesen großen Zinnober. Klar musste man halt die radikalsten Leute hier von den Oath Keepers und Proud Boys, musste man die halt dann gegen die verhandeln und halt eine gewisse Stärke des Staates hier zeigen. Aber der Kapitolsturm verblasst natürlich in seiner Bedeutung gegenüber halt diesen Wahlmanipulationen 2000, 2004 und 2016. Also hat man erstmal Ablenkungsmanöver geschaffen, kann man diese immer weiter auffächern und in die Länge ziehen. Also Trump tritt erneut an für das Präsidentenamt, verspricht wieder mal das Blau auf dem Himmel. Sein Konkurrent Ron DeSantis will mit einem Kulturkampf gegen Wokeness punkten. Jetzt macht er dann Fox News künstlich nochmal dieses Fass auf zum Kapitolsturm und sagt er dann, hey, wir haben ein paar langweilige Aufnahmen gefunden innen im Kapitol und das zeigt, dass halt irgendwie das jetzt hier so halt völlig vermessen war von den Democrats, da jetzt irgendwie ein großes Fass aufzumachen. Ja, also das ist, man zieht das in die Länge und jetzt sollen die Leute dann wieder halt drum streiten, ja, über den, diesen Schamanen da mit seinen Hörnern und dies und jenes. Totale Zeitvergeudung. Und nun droht Trump eine Verhaftung wegen angeblichen Schmiergeldzahlungen oder Schweigegeldzahlungen für einen Pornostar. Zwar werden seine Supporter wohl diesmal nicht solche Risiken eingehen wie beim Kapitol, aber die Sache taugt dennoch als Ablenkung und politischer Zirkus. Also endlose Polemik in sozialen Medien. Es handele sich um eine politisch motivierte Hexenjagd, während eigentlich noch wegen 100 anderen Dingen Anklage erhoben werden könnte gegen Trump. Mit jedem Tag, der verschwendet wird an politischen Zirkus und Politiker, die sowieso nicht die wesentlichen Entscheidungen treffen dürfen, wächst die Macht der Oberschicht und schrumpft die Macht des Volkes. Mit maßgeschneiderten Chatbots kann politischer Content fast kostenlos und innerhalb weniger Sekunden erstellt werden zu allen möglichen Triggerthemen. Migration, vermeintliche Verschwörungen, Woke, Außenpolitik, Krieg und so weiter und so fort. Ja, maßgeschneidert für jede noch so kleine Zielgruppe. Ja, wenn man die noch weiter, immer weiter aufteilt. Also es ist überfällig, dass Leute sich eher abwenden von gewöhnlichem Content, richtige Sachbücher lesen, ihre Urteilsfähigkeit verbessern. Also wir empfehlen Ihnen natürlich hier meine Bücher unter shop.recenter.com, außerdem unsere Webseite recenter.com, unsere Videoplattform recenter.media und unsere englische Seite candorintel.com. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.